Hallo, heute beginnt eine neue Serie. Wie schon in meinem letzten Video angekündigt, geht es um den praktischen Aufbau von Röhrenschaltungen. Ich wurde angefragt, ob ich nicht mal eine Videoserie machen könnte, in der Röhre nicht nur auf dem Neuberger getestet werden, sondern in der praktischen Anwendung gezeigt werden. Das ist ein Versuch einer Serie. Wie viele Teile es geben wird, kann ich noch nicht sagen. Sie werden lose eingestreut, weil es ist sehr aufwendig. Wie man schon am Timecode sieht, das Video wurde gestartet in der Produktion ungefähr eine Woche vor der Veröffentlichung und ich werde starten mit einer stabilisierten Spannungsversorgung. Da es sich um Röhrentechnik geht, machen wir eine Spannungsstabilisierung in Röhrentechnik. Dazu werden typischerweise sogenannte Längsröhren benutzt und für größere Netzteile habe ich diese Röhren hier mal aufgestellt, um zu zeigen die Größenvergleiche. Hier zum Beispiel ist eine EEL 156, die wurde ungefähr 1950 entwickelt. Das hier ist der chinesische Nachbau. Der Unterschied zwischen beiden Röhren ist, die original EEL 156 hat einen zehnpoligen Stahlröhrensockel und der chinesische Nachbau hat einen Octalsockel. Das hier ist eine amerikanische 6080, die wurde circa 1952 entwickelt. Oder 1950 war auch die erste Serie. Und das ist eine EC360, die wurde in der DDR entwickelt, auch ungefähr 1960 rum. Und das ist eine EEL 86, das ist die Längsröhre, die wir benutzen werden. Das Netzteil wird kein Monsternetzteil sein, mit dem ich einen HiFi-Verstärker mit 10 EEL 34 betreiben kann, sondern halt ein kleines Netzteil für kleine Testschaltungen. Das aber gegebenenfalls aufgebohrt werden kann auf eine größere Röhre. In Kommentaren sind gerne Wünsche erwünscht, also Kommentare erwünscht, was eventuell noch behandelt werden soll. Ich hatte im Auge, diverse Oszillatoren vorzustellen. Und ein Wünsche gab es bereits, nämlich eine Stereo-Aussteuerungsanzeige mit einem magischen Band, bevorzugt der EM800. Und das ist vielleicht eine der Wünsche, die als nächstes erfüllt werden, also nach dem Netzteil. Diese Röhre stelle ich gleich mal im Bild detailliert vor, also keine lange Vorstellung, eine kurze Vorstellung. Und danach geht es weiter mit der Bauteilliste für das Netzteil. Besagte Bauteilliste ist komplett in der Videobeschreibung verlegt, inklusive dem Schaltplan. Sinn dieser Videos wird ja sein, dass diese Teile nachgebaut werden können, und zwar mit Bauteilen, die immer noch existieren, also problemlos zu beschaffen sind. Ich verzichte, irgendwelche exotischen Bauteile zu benutzen, wie zum Beispiel die ED8000. Ich habe sie zurechtgelegt, aber vergessen. Das ist die andere Leistungsröhre, die bei Längsbetrieben benutzt wurden. Das ist eine ED8000 von Telefunken, die aber preislich in Gold aufgewogen wird und noch sehr schlecht zu beschaffen ist. Insofern habe ich verzichtet, mit solchen Röhren zu arbeiten. Die besagte EEL86 ist auch noch relativ gut zu bekommen. Er wäre aber mit Abstrichen im Strom durch eine EEL84 zu ersetzen. Wobei jetzt Achtung, die EEL86 und EEL84 sind nicht PIN-kompatibel. Also der gezeigte Schaltplan müsste dann angepasst werden. Aber prinzipiell ist ein Austausch möglich. Auch andere Leistungspentoden sind theoretisch nutzbar, wenn die Schaltung geringenfalls auch angepasst wird. Dann fangen wir mal an mit der Vorstellung der Röhre. So, der bärtige Mann hat gerade Blödsinn erzählt. Ich bin mein besserwissendes Ich aus der einwöchigen Zukunft. Die EEL84 und die EEL86 sind natürlich PIN-kompatibel. Das betrifft nur den maximalen Anodenstrom. Die Differenz, aber die Röhren sind von der PIN-Belegung austauschbar. Ich werde auch, glaube ich, nach 10 Minuten noch mal sagen, dass die EEL84 und EEL86 nicht austauschbar sind. Das ist immer noch falsch. Starten wir mit der Vorstellung der gerade gezeigten Röhren. Als erstes die EEL156. diese ist eine Produktion von Celle Funken. In diesem Fall aus dem Röhrenwerk Ulm. Wie man an der Farbe der Anode sieht, hat diese Röhre schon einiges an Betriebsstunden hinter sich. Das Kathodenmaterial ist abgedampft und auf die Glaskolben niedergeschlagen. Die EEL156 ist nicht nur für Längsschaltungen gedacht, sondern auch für Leistungsverstärker, NF- Verstärker. Unter anderem sieht man das an den, ach kommt Fokus, an den Kühlfaden für die Steuergitter. Wie gesagt, das ist ein 10-poliger Stahlröhrensockel. Der chinesische Nachbau dieser Röhre hat einen Oktalsockel. Die technischen Daten sind ähnlich. Das ist das Gitter. Auch eine oft benutzte Längsröhre ist die 6080, entwickelt ca. 1950. Dies ist eine Produktion von Valvo. Auch im Oktalsockel. Auffällig sind die kupfernen Gitterstäbe. So wie die großen Anoden. Die 6080 wurde hauptsächlich als Schaltröhre eingesetzt. Und zum Schluss die EC360. Produziert in der DDR vom Funkwerk Erfurt. Sie hat ähnliche technische Daten wie ein System der 6080. Also die 6080 ist eine Doppeltriole und das hier ist eine einfache Triole. Auffällig auch hier die großen Kühlfahnen für die Steuergitter. Das großzügige Gitter sowie den Gitterring. Und hier sieht man die Masse. Die relativ große Kathode. Die relativ große Kathode. Und hier sieht man die Kühlfahnen für die Kühlfahnen. Und zum Schluss die gerade noch angesprochene ED8000. auch produziert im Telefunkenwerk Ulm. Man sieht die relativ großen Kühlfahnen für die Steuergitter. Das hier ist eine Novalröhre. Ach komm, Fokus. Talk to me. Okay. Gut. Machen wir mal weiter mit den Bauteilen. die wir für das Netzteil benötigen. Die aufwändigsten Bauteile sind zum einen der Netztransformator. Diese Transformatoren sind relativ günstig bei Internet-Auktionen zu bekommen. Aus alten Röhrenradios. Wichtig ist, er sollte zweimal 250 Volt für die 2W Gleichrichtung haben. Sowie ungefähr 4 Ampere bei 6,3 Volt für die Heizspannung bzw. den Heizstrom. Sehr viele Röhrenradios der damaligen Zeit waren mit E-Röhren bestückt. Insofern ist die Heizung stark genug. Damit könnte dann sowohl das Netzteil selbst als auch die Experimentierschaltung betrieben werden. Somit wird nur ein Transformator benötigt. Wie gesagt, die ist relativ günstig zu erhalten. Auch günstig zu erhalten sind auch die benötigten Röhren. Zum einen, wir brauchen eine EZ-81 für die 2W Gleichrichtung. Die Datenblätter sind natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Sowie natürlich der komplette Schaltplan und die Stückliste. Wir brauchen ansonsten natürlich besagte Längsröhre. In diesem Fall die EL-86. Mit Einschränkungen wäre auch eine EL-84 möglich. Allerdings sie ist nicht PIN-kompatibel und müsste die Schaltung entsprechend angepasst werden. Aber prinzipiell wäre es möglich. Wobei die EL-86 auch nicht so exotisch ist. Die ist nur relativ einfach zu bekommen. Dann brauchen wir eine Reit- und Wiesen-Pentode. In diesem Fall eine EF-80. Die kriegt man glaube ich für ein paar Euro nachgeschmissen. Und wir brauchen eine Stabilisierungsröhre. Für 85 Volt in diesem Fall eine 85 A2. Auch funktioniert die 85 A1. Die ist nur im anderen Sockel. Hier gäbe es verschiedene Varianten. Wichtig ist nur, dass die Schaltung für 85 Volt Stabilisierungsschaltung ausgelegt ist. Ansonsten brauchen wir noch ein bisschen Kleinkram, ein paar Widerstände, ein paar Elektronik-Kondensatoren und ein Drehpotentiometer. Und bietet der Tatüt-Tata im Hintergrund. Das Ganze wird auf einem Experimentierfeld aufgebaut. Und zu dem kommen wir gleich. Das nervt. Das Problem bei gebrauchten Transformatoren ist, dass die Pin-Bewegung meistens unbekannt ist. Es ist aber möglich mit relativ einfachen Mitteln, nämlich mit Hilfe eines Ohmmeters, den Transformator auszumessen und ungefähr zu bestimmen, wie die Stift- bzw. die Pin-Bewegung ist. Bei den meisten Transformatoren sind die Wicklungen so angeordnet, dass nebeneinander liegende Kontakte zur Wicklung korrespondieren. Die Trafos sind meistens nicht mehr beschriftet, also muss ausgemessen werden. Das hat sich praktisch herausgestellt. Man macht eine Zeichnung der Pins. In diesem Fall habe ich auf einer Seite zwei, also links oben zwei. Unten sind vier. Und auf der rechten Seite sind zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, und das macht man ganz einfach. Man geht jetzt der Reihe nach durch und schaut, wo sind die zusammenliegende Wicklungen. Ich fange jetzt einfach mal rechts, links oben an. Ich gehe mal so ein bisschen in die Annahme, dass die Wicklungen zusammenliegen. Das hier sind 89,5 Ohr. Es gibt keinen Kontakt zu den anderen Wicklungen. Also scheint es eine Einzelwicklung zu sein. Hier auf der Seite ist auch nichts. Also nehme ich weiter mit hier. Die zwei haben knapp 11 Ohm. Das hier ist 0,11 Ohm. Der Durchgang zu meinem Nullpin. Entscheide ich 11,6 Ohr. Kontakt haben. Und der hat 11,8 Ohr. Zogen 14,8 Ohr. Zu der Seite zu denen gibt es auch keine Verbindung. Also scheint es auch eine isolierte Wicklung zu sein. Also wir können schon mal feststellen, die zwei sind eine Wicklung und das ist eine Wicklung. Jetzt gehen wir zur anderen Seite. Wir haben auch ungefähr 93 Ohm. Es gibt keinen Widerstand zum nächsten. Also es ist wahrscheinlich eine einzelne Wicklung. 18,1 Ohr. Auch hier ist kein Durchgang zum nächsten. Das ist auch hier eine Einzelwicklung. So. Wieder 18,3 Ohr. Auch hier kein Durchgang zum nächsten Pin, also wahrscheinlich hier auch eine Einzelwicklung. 0,16 Ohm. 0,16 Ohm. Das kann schon mal eine Heizung sein. Gibt keinen Durchgang zum nächsten. Gibt keinen Durchgang zum nächsten. Also auch die ist alleine. Und der letzte. 0,26 Ohr. So. Was sagen uns jetzt diese Zahlen? Auffällig ist. Auffällig ist, diese zwei Wicklungen sind sehr nah beieinander mit 89,5 und 93 Ohm. Die zwei sind auch fast identisch. 18,1 und 18,3 Ohm. Und hier zweimal einmal 0,16 Ohm und einmal 0,26 Ohm. Und hier unten habe ich einen aufsteigenden Ohmwert. Das würde erschließen, dass sich hier um den Anschluss für die Netzspannung handelt. Bei vielen Transformatoren gibt es mehrere Abgriffe für 110, 220, 240 Volt. Die Werte sind hier relativ weit auseinander. Also der 220 und 240 Volt Anschluss scheint es nicht zu geben. Ich tippe jetzt mal auf 110, 120, 220 Volt. Wenn jetzt noch ein Anschluss dazu wäre mit 14,1 oder 13,8, könnte man sagen, das wäre dann 220 Volt, 240 Volt. Jetzt sage ich mal ganz einfach für uns, die Netzspannung ist das, diese zwei. Also von meiner 0 bis 14,8. Diese beiden Wicklungen, würde ich jetzt mal sagen, haben den selben Wert. Diese beiden wahrscheinlich auch. Und diese Werte sind sehr tief in Ohmwerten. Das heißt, die Wicklungen selbst sind sehr dick. Das würde versprechen, dass es sich hierbei um die Heizwicklungen handelt. Zwei Stück. Der genaue Wert muss natürlich ausgemessen werden. Das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Hierbei ist aber zu beachten, es wird Netzspannung angelegt. Es ist tunlich, einen Netztrendtransformator zu benutzen. Vor allem einen abgesicherten Trendtransformator. Sonst schickt man sich selbst in den IOL unter Umständen. Da kommen wir jetzt als nächstes zu. Ich habe den Transformator jetzt angeschlossen. Ich wiederhole nochmal die Warnung, bitte solche Experimente ausschließlich mit dem Trendtransformator durchführen. Wie schon vorhin besprochen, benutze ich als Anschluss für die Netzspannung den Abgriff mit dem höchsten Widerstand. Ich kann noch nicht sagen, ob der Transformator für 220 oder für 230 Volt gewickelt wurde. Das entscheidet sich erst, wenn ich die Spannung anlege. Dazu nutze ich ein normales Voltmeter im Wechselspannungsbereich. Und ich lege jetzt die Spannung an. Da kein magischer Rauch aufsteigt, gehe ich davon aus, dass es zumindest im Prinzip die richtige Wicklung war. Und ich werde jetzt als erstes ausmessen die zwei Wicklungen mit den 1,0,16 Ohm und 0,26 Ohm. Und das sind 6,9 Volt. Die Wicklung nebendran ist ebenfalls 6,9 Volt. Das heißt jetzt in der Konsequenz, da beide Spannungen gleich sind, aber die Widerstände unterschiedlich. Das heißt, dass die untere Wicklung dünner ist. Somit sind beide Wicklungen für unterschiedliche Ströme ausgelegt. Der geringere Widerstand bei den 0,16 Ohm sagt aus, dass der Draht dicker ist. Also somit einen höheren Strom schließen kann. Während bei 0,26 Ohm der Draht dünner ist. Ich tippe jetzt mal drauf, dass diese Wicklung für die gleichrechte Röhre gedacht ist. Und diese Wicklung für den Rest der Elektronik. Gehen wir weiter mit in zwei anderen Wicklungen. 55 Ohm Kilo Volt. Die andere Wicklung auch 55 Volt. Da der Widerstand hier relativ hoch ist, mit 18,1 Ohm, liegt das auch hier nahe, dass der Strom dieser Wicklung sehr gering ist. Und als letztes bleiben die zwei Wicklungen mit 93 Ohm. in einem 296 Volt. Und die andere ist, oh voilà, ebenfalls 296 Volt. Da jetzt die Werte etwas, typischerweise sollte das 6,3 Volt sein. Da jetzt die Werte hier etwas höher sind, tippe ich drauf, dass der Transformator ursprünglich für 220 Volt gewickelt war. Weil wir haben 230 Volt Netzspannung. Es käme ungefähr hin. Und bei den 55 Volt hätte ich jetzt eher geschätzt, dass die Wicklung für 50 Volt ausgelegt ist. So bleibt noch eine zweite Frage zu klären. Ich habe nochmal ausgeschaltet. Ich brauche für die Gleichrichter zwei Wicklungen für die 2W Gleichrichtung. Das heißt, ich muss jetzt wissen, wie sind die Spulen geschaltet, weil ich ja natürlich einen Mittelabgriff brauche. Wenn die Spulen logisch verdrahtet sind, sind diese beiden Kontakte der Mittelabgriff. Und dann müsste ich eine Spannung von 600 Volt auf diesen zwei Punkten messen können. Also praktisch beide Wicklungen sind dann in Reihe geschaltet. Das testen wir, indem wir jetzt einfach die zwei Wicklungen verbinden. Mit klitschigen Klemmen. So, ich schalte nochmal ein. Und messe jetzt diese beiden Punkte. Das Voltmeter zeigt 595 Volt. Somit ist die Theorie bestätigt. Ich schalte nochmal aus, dass beide Wicklungen somit in Reihe geschaltet sind. Die Connection wäre dann so. Und somit habe ich meinen Mittelabgriff und meine zwei Eckpunkte für die 2W Gleichrichtung. So, als letzte Frage ist natürlich noch zu klären, worauf baut man die Elektronik auf? Der Klassiker wäre natürlich jetzt Steckbretter, wie sie für moderne Elektronik benutzt wird. Das Problem ist aber, für Röhrentechnik sind sie etwas ungeeignet, da die maximale Spannungsfestigkeit nur 250 Volt ist. Und die Steckfedern selbst sind nicht ausgelegt für allzu dicke Bauteile. Also die klassischen Widerstände für die Röhrentechnik mit einem Watt zum Beispiel sind schon wieder fast zu dick von den Drähten. Diese Steckbretter kommen nur in Frage für Spannungen, für Schaltungen, die mit weniger Spannung arbeiten und vor allem mit Bauteilen, die nicht allzu stark belastet werden. Also keine allzu dicken Drähte haben. Das Konzept einer Elektronik vorzustellen ist bei mir nicht neu. Ich habe schon vor längerer Zeit das Konzept gehabt für den sogenannten Phönix, der Ruhe in Frieden. Und dabei ist dieses hier entstanden. Das ist ein Experimentier-Board speziell für Röhrentechnik. Das Konzept dabei ist, dass es die Schaltung löten kann. Ich habe zusätzlich noch die Möglichkeit die Schaltung zu löten. Ich habe eine feste Verbindung. Ich habe Epoxid-Platinen. Ich habe vier Nova-Fassungen. Ich habe auf der Rückseite Eingänge. Das Ganze ist ein bisschen verstaut, weil es steht schon ein paar Jahre im Schrank. Ich habe Eingangspannungen, Buchsen für die Betriebsspannung, die Halsspannung der Röhren. Sechs Buchsen für freien Zugang, zweimal BNC-Buchsen, zwei RCA-Buchsen und zwei normale 4mm-Stecker. Ich habe Bohrungen für die meisten Durchmesser für die Putties und Drehschalter. Und das wird das Board sein, mit dem ich jetzt die Schaltungen aufbauen werde. Es ist flexibel und wie gesagt, es ist wiederverwendbar insofern, wenn man öfters mit Röhrentechnik experimentiert, macht es halt Sinn, so etwas sich mal zuzulegen. Das kann auch, wie gesagt, auf Basis von Resteverwertung sein. Das hier war auch Resteverwertung. Das muss nicht schön sein. Es reicht, wenn es einen Zweck erfüllt. Zuerst eine kurze Zusammenfassung, wie die Kathoden einer indirekt geheizten Röhre aufgebaut sind. Besonders bei Röhren, die in Parallelspeisungen betrieben werden, wie zum Beispiel Röhren aus der E-Serie. Es gibt eine Besonderheit, die nicht immer beachtet wird und gegebenenfalls gegen die Datenblätter verstößt. Die Kathoden bestehen aus einem Nickelröhrchen, in welches der Heizfaden eingeschoben wurde. Dieser ist mit einer dünnen Keramikschicht isoliert. Diese Isolation ist aber nicht hundertprozentig ausreichend, wenn die Röhre in Betrieb ist. Deshalb darf das Spannungspotenzial zwischen den Heizfaden und der Kathode nicht allzu groß werden. In den Datenblättern taucht meistens der Begriff UFK auf und bezeichnet das maximale Spannungspotenzial zwischen der Kathode und dem Heizfaden. Um dies zu verhindern, wird meistens der Heizfaden am Transformator auf das Nullpotenzial der Schaltung gelegt. Wie im Fernsehprogramm, es folgt eine Wiederholung. Nämlich aus Beschreibung der wichtigsten Röhre in den Aufbau und Funktion, der Teil der 2W-Gleichrichterröhre. Wer es bereits gesehen hat, kann die nächsten knapp 4,5 Minuten überspringen. Praktischer Betrieb der 2W-Gleichrichterröhre EZ81 Für eine 2W-Gleichrichterröhre benötige ich einen Transformator mit einem Mittelabgriff. In diesem Fall 2 x 300 Volt. Eine Heizspannung B x 6,3 Volt. Die Röhre selbst wird typisch beschaltet. Also Pin bzw. Stift Nummer 4 und 5 werden die Heizung. Stift Nummer 3 ist die Kathode. Stift Nummer 1 und 7 sind die beiden Anoden. Das Prinzip einer 2W-Gleichrichterröhre ist, dass beide Halbwellen gleichgerichtet werden. Darum gibt es auch eine Mittelabzapfung, um immer ein Potenzial zu haben, um jeweils die nächste Halbwelle gleichrichten zu können. Die Röhre wird jetzt beschaltet. Zuerst die Heizung. Stift 5 und 4. Dann die beiden Anoden. Anode 1, also die Stift Nummer 1. geht an den ersten Abgriff des Transformators, also den oberen Abgriff. Und an Note 2, das ist Stift Nummer 7. Geht an den oberen, unteren Abgriff des Transformators. An die Mittelabzapfung wird jetzt der Lastwiderstand angeschlossen. Und der Lastwiderstand selbst geht jetzt zur Kathode der Röhre. Die Kathode liegt auf Pin 3. Dazu kommt noch der Astroszilloskop. So, ich halte jetzt nochmal die Betriebsspannung ein. Es dauert ein paar Sekunden, weil die Röhre ist indirekt geheizt. Und man sieht jetzt, beide Halbwellen sind gleichgerichtet. Es gibt keine Pause mehr. Aber trotzdem ist es noch keine saubere Gleichspannung, da noch kein Kondensator vorhanden ist. Der Kondensator ist jetzt integriert mit 3,3 µF. Und er ist wieder parallel zum simulierten Lastwiderstand. Ich schalte jetzt die Spannung wieder ein. Und man sieht, die Spannung ist wesentlich kletterer als ohne Kondensator. Aber auch nicht ideal, weil der Kondensator mit 3,3 µF auch noch etwas klein ist. Das ist die Röhre EZ81 im Betrieb. Man sieht sehr schön das Kathodenröhrchen und die zwei Segmente der Anoden. So, fangen wir an. Es ist die Stunde der Wahrheit. Den vorhin vorgestellten Transformator werde ich nicht benutzen. Ich werde mein bekanntes Netzteil benutzen. Einfach aus praktischen Gründen, weil es nicht offen ist, wie der andere Transformator, der natürlich die Netzspannung offen rausgeführt hat. Nur risk, nur fun. Aber in diesem Fall ist es ein bisschen zu unhandlich. Das besagte Netzteil bietet mir zwei Wechselspannungen von 300 Volt. Also dieselben zwei Transformatorwicklungen. Ein Mittelabgriff. Das bietet mir die 6,3 Volt Heizspannung. Und natürlich ein 1-8-Schalter. Das sind jetzt die Bauteile, die zu benutzen sind. Zum einen natürlich der vorläufige Schaltplan. Dieser ist natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Wie gesagt, dieser ist vorläufig und wird sich eventuell während des Bauens noch ändern. Das sind die geplanten Bauteile. Natürlich der Ladekondensator für die Gleichrichterröhre. Die Schutzwiderstände für die beiden Anoden. Einige Kondensatoren. Ein paar Widerstände. Und das normale Potentiometer. Sowie eine 7-Polge-Miniaturfassung für die 85A2. Alle anderen Fassungen sind bereits auf meiner Prototypen-Platine enthalten. Der Ausdruck der wichtigsten Datenblätter, die natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt sind. Und bevor jetzt die Frage kommt, wieso ich dauernd diese doofe Nixi-Uhr im Bild habe, das ist erstens mein Markenzeichen und zweitens, damit tue ich die Timecodes festlegen, dass ich die Videos in der richtigen Reihenfolge wieder zusammenschneide. Die Prototypen-Platine habe ich bereits vorgestellt. Sie enthält bereits alle nötigen Beschaltungen für die Röhrenheizung und das Symmetrieren mit der Masse. Deshalb lege ich die Mittelabzapfung der Transformatoren auf den Minuseingang des Testsystems. Die beiden Abgriffe der Enden des Transformators gehen auf die Testfunktion. Die werden zu den Anoden der Gleichrichterröhre beschaltet. Und die Röhrenheizung wird ebenfalls normal geschaltet. Das ist ja beim Licht einigermaßen geklappt. Also wie gesagt, die Mittelabzapfung geht auf den Minus. Die beiden Anoden gehen auf die Außenabgriffe der Transformatorwicklungen. Und die Heizung bleibt die Röhrenheizung. Das ist jetzt hoffentlich gut sichtbar. Kurz die Erklärung von der anderen Seite. Hier ist der Ausgang hinten für den negativen Pol. Der ist bereits mit Symmetrierwiderständen verbunden, die mit den Heizungen der Röhren verbunden sind. Also die Röhrenheizungen sind immer in der Mitte des Kathodenpotenzials. Die beiden externen Buchsen führen jetzt die beiden Abgriffe des Transformators. Also die oberste und die unterste Wicklung. Die können frei beschaltet werden und die werden zu den Annoten der Gleichrichterröhre gelegt. Da fangen wir jetzt mal an, die Gleichrichterröhre einzusetzen und zu beschalten. So, ein letztes Mal Uhrenvergleich mit der realen Welt. Weil es geht jetzt los. So, ich bin gestern nochmal ein bisschen in mich gegangen, weil er beim Ausmessen herausgekommen ist, dass mein Transformator 300 Volt liefert. Da hat aber die Schaltung ursprünglich 250 Volt vorgesehen war. Ich habe jetzt den Schaltplan ein bisschen angepasst, sodass auch 300 Volt kein Problem sind. Und ich habe die Entscheidung getroffen, es wird jetzt keine größeren Schnitte mehr geben. Die Schaltung wird so aufgebaut, wie sie hier zu sehen ist. Und wenn irgendwas schief geht, wird es vor laufender Kamera gefilmt und auch repariert. Und im schlimmsten Fall habe ich eine IOL vor laufender Kamera. Also sprich, dass irgendeine Röhre dicke Backen macht und Tschüss. Nur risk, nur fun. So, der Transformator sieht ein bisschen selbstgebacken aus. Das ist er auch. Weil ich habe keine vorgefertigten Bauteile mit drei Sekundärwicklungen gefunden. Ich habe somit praktisch einen selbst gebastelt. Nötig ist eine Wicklung für 6,3 Volt für die Heizspannung. Da alle Röhren indirekt geheizt sind, reicht eine Wicklung. Und ich brauche zwei Wicklungen für die 2W-Gleichrichtung. Beide Wicklungen sollten identische Werte haben, beziehungsweise müssen identische Werte haben. Und die werden in Reihe geschaltet. Die Mittelanzapfung wird zum Nullpotenzial, also Masse. Und jede Wicklung sollte so um die 250 bis 300 Volt haben. Diese werden mit einem Schutzwiderstand, in diesem Fall 150 Ohm, mit 5 Watt Leistungsfähigkeit in die Gleichrichterröhre eingespeist. Das sind beide Anoden. Und die Gleichrichterröhre hat am Ende einen Elektrolytkondensator mit 47 µF und 450 Volt Spannungsfestigkeit. Im Originaltelefunkendatenblatt liest sich das übrigens so. Ich hoffe, dass es im Bild ist. Bei einer Anodenspannung von 250 Volt, also zweimal 250 Volt war natürlich eine 2W-Gleichrichtung passiert, kann ich maximal einen Strom von 150 mA abziehen. Und ich sollte einen Schutzwiderstand von 550 Ohm haben und einen Ladekondensator von 50 µA. Bei 300 Volt sollten es schon 200 Ohm sein. Wobei in der Praxis ist der Unterschied fließend. Ich sag mal, bis 300 Volt sollten auch 150 Ohm kein großes Problem sein. Wenn man mehr hat, also eine größere Spannung, sollte man auf 240 Ohm hochgehen bzw. 270 Ohm. Allerdings bei 270 Ohm schafft die EZ81 nur noch 90 mA Kathodenstrom. Ansonsten 150 mA. noch ein anderer kleiner Tipp. Diese Art von Experimentierboards sind nicht so hundertprozentig gedacht für Hochfrequenz-Schaltungen. Und das Problem ist, diese Art von Schaltungen, also ein Regler, jeder Regler wäre gern ein potenzieller Oszillator, neigen dazu zu schwingen. Das heißt, es ist wichtig, dass alle Kabelverbindungen möglichst kurz gehalten werden. Ich werde an einigen Stellen noch passende Hinweise machen, weil sonst schwingt die Schaltung und die Spannungsstabilisierung ist damit für die Vitrine. Es gibt keine Stabilisierung, weil die Spannung hoch und runter läuft aufgrund der Schwingungen. So, dann auf los geht's los. So, die ersten Elemente sind aufgebaut, nämlich die Gleichrichterröhre. Im Schaltplan sieht man, wie gesagt, die beiden Widerstände, die Röhre natürlich selbst, die ganzen Zuleitungen, der Kondensator. Zur Erinnerung, hier kommen die beiden Abgriffe der Transformatoren rein. Hier geht das Ganze relativ bündig zu den besagten zwei Widerständen. 150 Ohm mit 5 Watt Belastbarkeit. Hier ist der besagte Elko 450 Mikrofarad bei 450 Volt Spannungfestigkeit. Ich weiß nicht, wie ich auf die Mikroampere gekommen bin, aber es sind immer noch Mikrofarad. Ich habe, wie gesagt, jetzt meinen Voltmeter parallel angeschlossen und wir testen jetzt einfach mal, ob die Gleichrichterröhre funktioniert. Dafür nutzen wir mein Super-Netzteil und ich bin gefragt worden, wieso ich am Netzteil einen Raketenabschlussschalter habe. Das ist relativ einfach zu erklären, damit nichts versehentlich eingeschaltet wird, weil das Netzteil schafft 600 Volt bei 100 Milliampere und das tut schon weh. Jetzt müssen wir auch das Voltmeter einschalten. Die Röhre braucht ein paar Sekunden, bis sie aufgeheizt ist und man sieht, wir sind schon bei 410 Volt Leerlaufspannung. Ob es im Wechselspannungsbereich ist, habe ich eine Wertigkeit von 0,05 irgendwas, also der Kondensator funktioniert. Die Gleichspannung ist das, was man eine Gleichspannung nennt. 410 Volt und die Röhre glüht vor sich hin. Ich bekomme leider keinen Fokus, aber man kann sich vorstellen, wie es aussieht. So, machen wir mal weiter. So, die nächsten Elemente sind fertig. Ich habe jetzt die zwei Widerstände für die EL86 aufgebaut, nämlich R3 und R4. R3 ist hauptsächlich dafür da, die Oszillation vom zweiten Gitter zu verhindern und R4 ist teilweise auch zur Strombegrenzung. Weiterhin wurde die Anode mit der Hautbetriebsspannung verbunden. Die Röhrenheizungen werden nicht mehr separat beschaltet, weil die sind bereits auf meinem Board komplett integriert. So sieht das Ganze in real life aus. Der Aufbau ist natürlich etwas wild oder sieht etwas wild aus, was aber normal ist für Prototypen-Bots. Ich versuche, wie gesagt, den Aufbau so kompakt wie möglich zu machen, um halt eine Oszillation zu verhindern. So, es geht weiter. Ich habe jetzt inzwischen die Klimm-Stabi-Röhre installiert, sowie den Parallelkondensator mit 100 nF, um das Weißrauschen der Stabi-Röhre zu verhindern. Diese Röhre liefert die Kathodenspannung für die EF80. Bei der EF80 gibt es noch einen kleinen Punkt zu beachten, nämlich die EF80 hat einen internen Schirm. Dieser hier. Dieser muss manuell mit Kathodenpotenzial verbunden werden. Die Kathode liegt auf Pin 3 und Pin 1. Ich habe dies so gelöst, dass ich eine kleine Drahtbrücke genommen habe und Pin 3 und Pin 6 entsprechend konnektiert habe. Wenn der Schirm nicht angeschlossen wirkt, neigt auch die EF80 zu etwas ungeplantem Verhalten. Die EF80 A2 hat einen Miniatur 7 Sockel, der leider nicht auf meinem Steckbrett ist. Insofern habe ich diesen jetzt mehr oder weniger Freiluft gelötet, was unkritisch ist, da diese Röhre nur zwei Pins benutzt, nämlich die Kathode und die Anode. Die Kathode ist jetzt hier auf der linken Seite und ist mit meiner umlaufenden Masse verbunden. Und die Anode ist auf der rechten Seite und wird gleich weiter beschaltet. Weiterhin ist jetzt der Spannungsteiler für das zweite Gitter der EF80 angeschlossen. Nämlich diese zwei Widerstände, die gehen zur Spannungsversorgung. Also V plus ist die Silbe wie hier. Und der Abgriff geht wie gesagt auf die Steuergitter 2 der EF80. Das ganze sieht so aus. So, wieder gibt es einige Komponenten hinzu. Und zwar diesmal ist es das dritte Steuergitter der EF80, welches über einen 82 Kiloohmwiderstand zur Kathode der EL86 verbunden wird. Und die andere Seite geht wie gesagt zum Steuergitter und zur Kathode der EF80, welche mit durch die 85 A2 auf stabile 85 Volt gehalten wird. An Bord sieht das Ganze so aus. Hier ist wie gesagt der P9 der EF80. Ich weiß, sieht ein bisschen wüst aus, aber so sehen Prototypen Bordnummer halt aus. Und wer es noch nicht gesehen hat, die EF80 hat wie gesagt drei frei an steuerbare Steuergitter. Und ich betone nochmal, dass Pin 6 ist die interne Schirmung, die auf Kathodenpotenzial gelegt werden muss. Ansonsten steht jetzt noch aus der rechte Teil von der EF80, also diese Bauteile. Ja, ich weiß, Fokus. Diese Bauteile stehen noch aus und dann, also die Hälfte ungefähr und dann wären wir durch. So, weiter geht es. Diesmal mit der Anode der EF80. Hinzugekommen ist Widerstand R8 und R9. Die Kette beginnt mit der positiven Betriebsspannung, also V+. Ein 100 Kiloohm Widerstand geht zu einem 1 Mikrofarad Kondensator. Es bildet ein RC Glied, um die Spannung zu stabilisieren, also die eventuellen Störungen herauszufiltern. Ein 470 Kiloohm Widerstand, das Ganze geht jetzt zur Anode der EF80. Und ein Abgriff zum Steuergitter der EF86, ebenfalls über einen 1 Kiloohm Widerstand, um Schwingungen zu unterdrücken. Das Ganze sieht auf dem Board dann so aus. Das sind die beiden Widerstände. Hier ist V+, hier ist der Elko, also dieser hier. Das ist besagte 1 Mikrofarad Kondensator. Hier ist der Widerstand, der 1 Kiloohm Widerstand zum Steuergitter der EF86. Das hier ist keine Drahtbrücke, das ist ungefähr 2 Zentimeter Abstand dazwischen. So, es fehlt im Prinzip nur noch das Putti zum Einstellen der Spannung. Und das tun wir jetzt einbauen. Bis hierhin haben wir es geschafft ohne Korrektur, aber jetzt kommt die obligatorische Korrektur. Ich habe vergessen einen 1 Kiloohm Widerstand einzuzeichnen im Steuergitter der EF80. Dieser wirkt auch als Hinderung für Schwingungen und dieser wird auch möglichst nah an der Röhre eingebaut. Stift 2 an der EF80 ist Steuergitter und auch hier wird der Widerstand möglichst nah eingebaut. Ansonsten sehr unspektakulär das 47 Kiloohm Potentiometer und noch ein bisschen Kleinkram. Füllt noch der Kondensator, um die Aufrüstung korrekt zu machen. So, das ist es gewesen. Die letzten Bauteile sind montiert, unter anderem der Spannungsteiler zum Einstellen der Regelspannung, bestehend aus einem 120 Kiloohm Widerstand vom regulierten Ausgang, einem 47 Kiloohm Potentiometer, dessen Schleifer nochmal von einem 740, 470 Nanofarad Kondensator stabilisiert wird, also geklettet wird, um einen 68 Kiloohm Widerstand zur Masse. Der Ausgang des Ganzen bildet einen 47 Mikrofarad Elko mit 450 Volt Spannungsfestigkeit, den ich allerdings jetzt zu Testzwecken durch einen 1 Mikrofarad Kondensator ersetzt habe, um jetzt die Schaltung zu testen, weil im unbelasteten Zustand sind Elektrolytkondensatoren ein bisschen störend, weil jetzt die zu lange die Spannung halten und ich die Regelung nicht eins zu eins nachvollziehen kann, also direkt. Ansonsten, der Aufbau ist wie immer, das ist der Kondensator für das Putti, das ist das Putti logischerweise. Das Ganze ist hier der 1 Kiloohm Widerstand zum Steuergitter der EF 80. Das ist dann mein Ausgang, das ist die Masse, also auch meine umlaufende Masse, das ist der regulierte Ausgang. Ja, das wäre jetzt die Gesamtschaltung und da bleibt noch ein kleiner, unwesentlicher Punkt, einschalten. So, es ist knapp 10 nach 11, der ideale Zeitpunkt um eine Röhre einzuäschern, sprich jetzt wird getestet. Ich habe meinen Voltmeter in den Ausgang geschaltet. Wie gesagt, das ist jetzt der erste Test im unbelasteten Zustand. Schalte dies auf Kreisspannung. Und wir schreiten zur Tat. Drei, zwei, eins, end of the line. Also die Klimmröhre hat schon gezündet, das heißt, irgendeine Spannung ist schon mal da. Und das Voltmeter zeigt 173 Volt. Es steigt noch kein magischer Rauch auf. Gut, schauen wir mal, ob wir eine Regelung hinbekommen. Ich bin jetzt ganz unten am Putti, kann auf Minimum 143 Volt. Die Spannungen, die sind natürlich abhängig von der Eingangsspannung des Trafos. Und ich kann hoch regeln bis ungefähr 285 Volt. Die Spannung sieht an sich stabil aus. Wie gesagt, es ist jetzt unbelastet. Keine Röhre macht rote Backen. Jetzt nehmen wir noch 185 Volt. Gehen wir mal auf 200 Volt. Warten wir mal eine Minute, ob es stabil bleibt. In der Zeit labere ich ein bisschen, wir machen ein paar Stimmungsbilder. Das ist der Krim Stabi. Das ist die EF 80. 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 Man sieht die relativ dicke Anode. Und die EF 80. Und meine Nixi-Uhr. So, laber hin, laber her. Wir haben immer noch 200 Volt. Also die Spannung scheint stabil zu bleiben. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Test. Nämlich den Test unter Last. Ich werde jetzt zwei Lastwiderstände einschleifen, den Strom messen und natürlich prüfen, ob beim Ändern der Lastwiderstände die Spannung auch stabil bleibt. Also das ist der Sinn dieses Netzteils, dass ich eine stabile Ausgangsspannung habe. Also wenn sich der Strom ändert, der Strombedarf, die Ausgangsspannung immer dieselbe bleibt. Was jetzt hier brummt, ist übrigens mein Netzteil. So, kommen wir zum Lasttest. Ich habe das Ganze jetzt etwas geändert. Mein Voltmeter ist immer noch eingeschliffen. Ich habe zusätzlich jetzt einen Lastwiderstand eingeschliffen. Nämlich 10 Kiloohm und 4,7 Kiloohm. Die sind miteinander verbunden. Mit einem Mittelabgriff, dass ich in der Lage bin, direkt die Last zu ändern. Das Ganze geht über mein Netzteil, dem Amperemeter. Dass wir sehen können, ob der Strom sich ändert. Und dabei muss die Spannung natürlich gleich bleiben. Ich habe das Putti nicht geändert. Das heißt, das steht immer noch auf 200 Volt. Und wenn ich jetzt einschalte, sollten die 200 Volt noch erscheinen. Wenn ich jetzt das Voltmeter einschalte, dann sieht man mehr. Ja, die Spannung stabilisiert sich auf 200 Volt, wie vor 10 Minuten eingestellt. Ich habe einen Stromfluss von 14 Milliampere. Wenn ich jetzt den Widerstand erniedrige, also auf 10 Kiloohm erniedrige, steigt der Strom auf 20 Milliampere. Weil 10 Kiloohm bei 200 Volt sind 20 Milliampere. Und die Anzeige ist immer noch 200 Volt. Das heißt, das Netzteil funktioniert. Es regelt die Spannung. Gehen wir mal ein bisschen hoch, ob das auch auf maximal funktioniert. Das ist derselbe Wert, den ich auch in der Leerlaufspannung einstellen konnte. Ich habe jetzt 285 Volt. Ich habe jetzt 29 Milliampere Strom. Keine Röhre macht rote Backen. Und die Spannung ist stabil. Wenn ich jetzt die 10, die Brücke entferne. Freiluft sind nur 285 Volt. Fällt mein Strom auf 20 Milliampere. Spannung bleibt gleich bei 285 Volt. Mache ich den, bin wieder hochgegangen auf 29 Milliampere. Spannung ist gleich. Abgezogen. Spannung ist gleich. Strom ist gefallen. Also damit ist klar bewiesen, die Spannungsversorgung stabilisiert. Und somit ist das Klassenziel erreicht. Noch eine Nebenfrage, die wahrscheinlich kommen wird. Was kann ich für Modifikationen machen? Sprich, pimpt mein Netzteil? Möglich ist natürlich der Austausch der Längsröhre, der EL 86. Beziehungsweise ist es auch möglich mehrere parallel zu schalten. Wobei dann darauf geachtet werden muss, dass jede Röhre ihren eigenen Widerstand in der Gitterleitung hat. Also dieser 1 Kiloohm Widerstand, dass halt die Röhre nicht anfangen zu schwingen. Also praktisch dieser Teil hier wird für jede Röhre dupliziert. Sowohl der Gittervorwiderstand für das G2 als auch für G1. Die Schaltung bleibt natürlich gleich, denn die G2s werden immer auf die Anode verbunden. Und die G1s werden alle mit der Anode der ER 84 verbunden. Wenn ich der Längsröhre mehr Saft gebe, muss ich natürlich auch die Gleichrichterröhre anpassen. Wie gesagt, die EZ 81 kann maximal 150 mA. Auch hier kann man natürlich entweder eine stärkere einsetzen oder eventuell zweimal die EZ 81 parallel schalten. Und eventuell muss dann natürlich in der Spannungsversorgung der Ladekondensator geändert werden, weil natürlich die anderen Gleichrichterröhren unter Umständen hier andere Werte benötigen. Sprich der Schutzwiderstand für die Anode als auch der Ladekondensator in der Gleichrichtung. Der Kondensator am Schluss der Kette mit 47 µ sollte eigentlich gleich bleiben. So, noch ein anderer Tipp. Natürlich ist es möglich, die Längsröhre komplett durch einen anderen Typ zu ersetzen. Wie schon im Vorspann korrigiert, die EL 86 ist natürlich ersetzbar durch die EL 84. Und die EL 84 ist unterm Strich einfacher zu beschaffen als die EL 86. Es sollte kein größeres Problem sein. Einzigster Punkt ist zu beachten, dass die EL 84 natürlich nur einen geringeren Kathodenstrom liefert und somit ungefähr bei 30, 35 mA wahrscheinlich Schluss ist. Während die EL 86 natürlich ein bisschen mehr Power hat. So, ich bin sicher, ich habe jetzt 2000 Fragen vergessen zu beantworten. Es ist aber kein Problem. Schreibt in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat bzw. welche weiteren Schaltungen ihr vorgestellt haben wollt. Und natürlich, der korrigierte Schaltplan ist in der Videobeschreibung verlinkt, inklusive aller Datenblätter und der Stückliste. So, danke fürs Zuschauen. Das Video war diesmal etwas länger als geplant. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ob Bedarf an weiteren besteht bzw. welche Themen vielleicht interessant wären. Bis demnächst!